So, weiter geht's. Jetzt gleich wir werden, ja? Dämonenkönig. Ladies, er sagt so feige, besteht es kaum eine Chance, dass Tush und Dante mit dem König unfassade bestanden haben. Das ist nämlich das Haus, wo Virtual und dann draufgewachsen sind. Vom Anime her. Das war knapp. Oh, Mann. Oh, Mann. Dämonenkönig. Anpassen. Träge wohl die Taste, während du... Ich zeig dir den neuen Dämonen an, bitte. Ja, zeig dir den, ja. So, Devil Breaker. Banierten eins kaufen. Ausrüstung. Fähigkeit. Ich kann natürlich noch eins machen. Mein Set noch vergrößert. Mach's schon gleich mal. Oh. Der Red Kree. Oh, das Spin. sagt gut die anpassung bänden ja natürlich und dann wollen wir weitermachen so mit der nächsten mission der verbrecher mit durchschnittskraft kann ja ausschalten ich kann nicht mehr ich bin ich bin ich bin ich bin das war immer eine Option ja Zeit für ein paar Er hat genau dieses Haus nämlich rausgesucht, der Dämon-König. So, hier noch was aufhören. 9000. Zack, zack! Oh man. Oh man. Oh man. Und das war's. Und das war's. Ja. Ähm, okay. Guess that's my ride. Okay. 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 Absolut, ja... Äh, ja, ne, oder? Also gut So, 14.000, gut, passt Ich habe den Schlag down Okay, was? Okay, was? Okay, was? Ich habe das Blut in der Mitte, da muss ich eine Schelle sein. Ich habe das Blut in der Mitte, ich habe das Blut in der Mitte. Harnschlein nehme ich mal mit Harnschlein 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 Ja, viel zu schwer Bist du auch mit dem Gegner Come here, Kamsa, come, come on. Uh, gut, 16.000. Haben wir wieder zusammen, passt doch. Okay, hier ist wieder eine Hand, eine neue, gut. Ja, da ist der Weg nach unten. Mautiside, die gefällt mir schon gar nicht. Genau sieht aus den Arena aus. Äh? Äh? Oh my God. Oh, stir up. Was ist los? Kannst du dir schütteln, Schafon? Komm her. Da kommen wir nach, wo es uns denn bringt. Das sieht noch, das sieht noch was aus. Den da. Okay. 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 So, was kommen wir jetzt von da an? Ah, das da. Well, well, we haven't had enough yet. Oh, shit. Oh, natürlich kommen wir Dämonen ran. Wer hat's gedacht? Zack, zack. Ja, ganz einfach. Oh, cool stuff. Oh, cool. 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 Na ja. Komm, hat die Monde mit Schaff halten wollen noch? Nö, die haben keinen Bock. Anrufen? Also, denkst du, du kannst den ganzen Weg hier machen? Duh! Wer glaubst du, du sprichst mit dir? Duh! 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 Ja, warum bin ich unbedingt, den nachher zu benutzen. Schön, ob wir die Animation nochmal angucken. Ich glaube, sie haben sie eigentlich hochgefahren, hä? Ab nach oben, muss ich mal sagen. Ey, die Gegner sind echt nur Kanonfutter geworden. Ist ehrlich so, das ist fast nur Kanonfutter von mich. Lass dich raten immer wieder nach oben. Ich glaube, es ist gut, dass du König bist, hä? Nicht für viel länger. Ah, hier sind wir. Wir brauchen keinen Arm, wir haben alle Arme bei uns. Hey, Douchbag. Missst mich? Wo ist Dante? Kein Körper? Drei Dante-Jerky? Nichts? Du bist hier zu sterben. Er spricht. Dein Grund, hä? Ich glaube, deine Eltern nicht so sehr lieben, denn dein Name ist ein Name. Ich bin ohne Name. Ich bin Power Absolut. Gegen O-Ri-Zen, Wounded Spy 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 Gegen O-Ri-Zen, Wounded Spy